Frisur, Wetter und kein neues Fahrrad. Heute ist alles scheiße. Und damit herzlich willkommen zum neuen Vlog. Etwas, was heute aber nicht scheiße ist, ich habe Post bekommen. Oh, oh. Hier ist etwas drin, was ich dringend für die Fahrradtour brauche. Ich habe leider nicht so ein cooles Unboxing-Messer, darum nur so ein Küchenmesser. Naja, dann öffnen wir das mal. Und da ist es, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber es ist eine Powerbank. Die brauche ich halt, weil wir werden zwei, drei Tage keinen Strom haben und ich habe zwei Kameras dabei und noch mein Handy und das muss irgendwie aufgeladen werden. Ja, also dann schauen wir mal, wie die aussieht. Also, dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Funktioniert. Nice. Sorry Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Wuff. Ich muss noch ganz schnell den Rasen mähen. So, das Rasen mähen ist fertig und wie ihr seht, habe ich gerade geduscht und meine Haare gemacht. Denn es geht gleich zum Kumpel, der ein kleines Fest organisiert hat. Da nehme ich euch aber leider nicht mit, weil das Ganze halt mit Leuten ist, die nichts mit YouTube zu tun haben. Und da möchte ich nicht einfach, ja, die ganze Zeit filmen. Ich hoffe, ihr versteht das und das war es eigentlich vom Blog. Wuff.